Herzlich Willkommen! In diesem Video zeigen wir Ihnen, wo Sie unseren neuen Konfigurator finden und runterladen können. Der Konfigurator wird auf unserer Homepage schletter-group.com im Kundenbereich zur Verfügung gestellt. Die Datei heißt Schletter-Konfigurator 3.0 inklusive Google Maps. Neben der Datei bitte einfach auf den Download-Link klicken, die Datei herunterladen und im Ordner speichern. Den Ordner finden Sie im Browser oben rechts. Die Datei muss dann entpackt und installiert werden. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, können Sie den Konfigurator über das Windows-Menü aufrufen. Hier unter Schletter-International-BV finden Sie den SCALC3. Einmal anklicken, dann öffnet sich der Konfigurator. Falls Sie noch nicht registriert sind, bitte einmal unten auf Registrierung klicken und die relevanten Daten eingeben. Name, Vorname, Firma, Telefonnummer, Umsatzsteuer-ID-Nummer sowie einen Benutzernamen, die E-Mail und ein selbst gewähltes Passwort. Danach müssen Sie nur noch die Datenschutzerklärung lesen und akzeptieren. Nachdem alles eingegeben wurde, die Registrierungsseite schließen. Sie erhalten dann eine Mail zur Bestätigung mit einem Bestätigungslink. Diesen bitte anklicken und die Registrierung abschließen. Manchmal kann es vorkommen, dass die Mail in den Spam-Ordner geht. Dies bitte prüfen. Danach können Sie Ihren Benutzernamen sowie das Passwort eingeben und den Konfigurator nutzen. Manchmal kommt es vor, dass Firmen die Firewall komplett zumachen. Sprich, wenn Sie den Konfigurator nicht öffnen können oder dieser nicht richtig mit Google Maps funktioniert, müssen Sie bitte Ihre IT kontaktieren. Über das Zahnrad links können Sie einen Proxy eingeben. Der Port 80 muss frei sein für eine bidirektionale Kommunikation, sprich senden und empfangen von Daten. Nachdem Ihre IT dies eingerichtet hat, können Sie den Konfigurator ganz normal nutzen. Jetzt nur noch auf OK klicken und den Konfigurator starten. Die einzelnen Kalkulationen werden in weiteren Videos gezeigt. Vielen Dank und auf Wiedersehen.